Hi liebe Weltraumfreunde, vielen Dank für 6.000 Abos für Astrocomics TV. Echt eine galaktisch gute Sache, dass es so viele Leute gibt, die sich für den Weltraum interessieren, sowohl in Cartoon-Form, also in animierter Form, wie auch in real erklärter Form. Zur Feier des Tages verlose ich ein Astrocomics-Buch, nämlich Astrocomics erklärt das Sonnensystem. Alles was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist abonniert Astrocomics TV, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und kommentiert unter dieses Video, wie ihr einen neu entdeckten Planeten nennen würdet. Also angenommen, ein neuer Planet wird im Sonnensystem entdeckt, hinter Neptun, hinter Pluto, wie würdet ihr denn nennen? Viel Glück und nochmal danke für eure Abos. Ich mach weiter so, bis wir irgendwann eine Million Abos oder so haben. Macht's gut! Tschöne Tschöne S cryptocurrency Wまで Töne Töne reports Wie